Alter, ich back wieder zurück, ist... Alter! Alles gut bei dir, Junge? Der bewegt sich aber mal richtig strange. Und warum verfolgen beide mich gerade? Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode... Oh mein Gott, was ist das? Minecraft Survival Games auf dem... Oh, guck mal hier, Under the Dom. Oh, guck mal hier, underthedom.de Grundstück-GPVP-Farm, Welt 1 vs. 1-Spiele. Wir haben da echt gerade... Alter, über 80 Leute, glaube ich, drauf. Hammerkrasse Scheiße. Bin ich richtig zufrieden mit dem Server. Kommt gerne mal vorbei. Das ist auch der Grund, warum ich momentan einfach so... Weniger Livestreams mache und auch momentan halt auch nur ein Video. Ich könnte ein bisschen mehr machen, wenn ich das wollte. Ja, machen mal andere Webs heute, okay? Webs, die ich nicht so gut kenne. Habe ich mal Bock drauf. Also die Runde wäre wahrscheinlich nicht allzu geil, aber auf dem Gommel kann man ja immer mal was Gutes haben, irgendwie so mehr oder weniger. Auf jeden Fall kommen deswegen halt momentan ein paar weniger Livestreams, weil ich mich erstmal so ein bisschen um den Server kümmern will, dass die halt irgendwann mal von selber funktionieren kann. Damit ihr darauf spielen könnt, ohne dass ich da wirklich so viel Zeit investieren muss. Ja. Also es läuft alles ziemlich gut. Gerne mal drauf joinen. Ihr könnt also quasi ein Haus bauen in der Bauwelt, in der normalen Welt, ihr könnt eben ein Haus bauen. In der Farmwelt ist PvP an. Da kann man eben gesündet werden, aber eben auch farmen. Und dann kann man auch in der Swarmwelt mit seinem erfahrenen Equip 1 vs. 1 spielen. Und man verliert seinen Stuff nicht. Das ist ziemlich cool eigentlich. Dass man eben seinen Stuff behält. Und so kann man sich eben equippen und dann wirklich 1 vs. 1 spielen mit Statistiken und so weiter und so fort. Also ich bin da echt zufrieden momentan. Kommt auch sehr gut bei euch an. Endlich mal ein Harnisch. Endlich mal ein Harnisch am Anfang. Ich bekomme momentan super wenig Harnische irgendwie. Und einen goldenen Abflug. Okay, geht ganz gut los. Das ist ja immer das Problem. Also ich habe keine Route hier, aber trotzdem finde ich halt Stuff in Übermengen. Und Überlängen vor allem auch. Penis. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal. Aua. Yo. Yo. Ist gut. Ich backe zurück. Ja klar, backe ich zurück. Was ist denn bei dem nicht in Ordnung gewesen mit seinen komischen Schlägen da hier, die er gerade angesetzt hat? Kann ich essen? Ja, ne? Kann ich. Kann ich mir den Harnisch kurz rauswerfen? Kann ich. Bei dem wahrscheinlich anziehen gleich. Soll er gerne, gerne machen. Macht er aber nicht. Der Typ. Alter. Hackt der? Sorry. Ich frag mal in den Raum rein. Wenn ich jetzt wieder sagen würde, der würde hacken, und dann kommen wieder Kommentare wie, oh, du bist so doof. Du kannst nichts und sagst alles, wenn Hacker. Alter. Alter, ich backe wieder zurück. Alter. Alles gut bei dir, Junge? Der bewegt sich aber mal richtig strange. Und warum verfolgen beide mich gerade? Alter, was ist denn da los gerade? Okay. Nein, please. Ey, komm jetzt. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Ganz einfach jetzt. Es ist nicht zu fassen. Da find ich mal guten Staff und dann werd ich von dritten weg, weg gesnackt. Ja, GG. Okay. Next round. Spiegel mal ne bekannte Map, okay? Wie wär's denn mit, äh, wie wär's denn mit, wie wär's denn mit, warte mal kurz, wie wär's denn mit? Nein, ich wollte forcen. Okay, jetzt spiel mal diese Map, die kann ich aber auch gar nicht. Ah Mann, ey, was ist denn das für eine Scheiße jetzt gewesen? Keine Ahnung, was mit dem Typen los war. Der war sehr strange drauf, die beiden haben irgendwie gezeamt und dann wurde ich irgendwie abgesnackt von irgendjemandem dann, weil ich low war. Super geil. Bester Anfang in der Geschichte von Minecraft Survival Games. Gut. Ich hab ganz viele, ganz viele Fragen bekommen von euch. Erzähl mir deine witzigste Hangover-Geschichte. Ach, erstmal wollte ich ganz kurz nochmal, oh, Mann, ey, irgendwie alles rausgeglitscht zu den Schwertern. Aber ich will noch kurz bedanken an unseren beiden Devs, RSO und Dori, die dafür sorgen, dass die Plugins eben geschrieben werden für das Grundstücks-Plugin und für das Anti-Spawn-Kill, Anti-Spawn-Trapping, Spawn-Camping-Plugin. Großen, großen Dank an euch zwei da nochmal auch hier im Video. Ihr macht das echt super, super geil und das erleichtert mir halt super, super viel. Und ja, das will ich nochmal kurz eben im Video ansprechen. Und ja, des Weiteren, ja, erzähl deine witzigste Hangover-Geschichte. Mit dem ist aber auch irgendwas nicht in Ordnung, oder? Ich komm mir nicht drüber. Ja, GG. Habe ich einen Kuchen? Ne, hab ich nicht. Ah, ich komm doch hier drüber. So. Bessere Hose mal kurz anziehen. Mal was essen. Denn, ja, wir können uns davon einen absmacken wahrscheinlich. Was du kannst, kann ich nämlich auch. Okay. Oh, oh. Ist abgezogen. Jetzt wird euch nicht auf mich drauf gehen, aber ich hab natürlich kein Herz verloren gerade. Deswegen, alles easy. So, jetzt haben wir mal guten Stuff. Hier haben wir einen Steinschwert. Irgendwo da ist ein Steinschwert. Perfekt. Gut, machen wir was essen hier. So. Hoffentlich ist es mal der erstmal bessere Runde. Also, keine Ahnung. Gebt gerne mal eure Meinungen sagen zu dem Typen von gerade eben. Da waren noch Eisenschuhe. Ich differenziere mich ab jetzt davon, Leute tatsächlich zu beschimpfen, die eventuell keine sind, weil ich dadurch einfach zu viele Head-Kommentare bekomme. Und Leute, die einfach Sachen besser wissen. By the way, wird's morgen ein Video geben, das ein bisschen aus der Reihe springt. Freut euch morgen auf das Video für euch, also für die treuen Abonnenten, die diese Videos alle gucken. Kann ich schon mal deswegen verraten, dass das morgige Video ein bisschen anders wird. Schaut's ja gerne mal rein morgen. Und, ähm, ja. Ich denke mal, ihr werdet dann wissen, was ich meine mit anders. Freut euch drauf. So. Ihr könnt doch mal hier zusammen Crafter DLP machen. Also, Hangover-Geschichte. So, Punkt. War stehen geblieben. Hab ich nie gehabt, tatsächlich. Hangover-Geschichten hab ich wirklich nie gehabt, weil ich einfach nie irgendwas, weil ich nie so viel getrunken habe, dass ich irgendwie wirklich nichts mehr davon wusste. Ich weiß, in der fünften Klasse, welches in der fünften Klasse, welches Fallout aus der Clique, weil ich ja nie geraucht habe und nie eine Hangover-Geschichte hatte. Aber, meine Güte, ich hab halt keinen Bock da drauf. Ich möchte mich am nächsten Morgen daran erinnern. Klar gab es immer so Momente, da hab ich auch gedacht so, oh mein Gott, am nächsten Morgen, ich werd nie wieder Alkohol trinken, weil ich irgendwie zu viel getrunken habe, wenn mir mega schlecht war. Klar gibt es so Momente, aber irgendwie, ähm, ja. Passiert halt, dass man mal zu viel trinkt. Aber Hangover so richtig krass mit Kosten und so hab ich nie gehabt. Und da bin ich auch ganz froh drum. Ganz ehrlich. Kann ich immer meinen Kindern sagen später, ich hab sowas nie gehabt. Da kann man mal ein bisschen Vorbild sein für seine eigene Kinder. Der Minecraft-Youtuber. Sachte der Minecraft-Youtuber. Sei ein Vorbild für die Kinder. Spielt Minecraft. Den ganzen Tag. Ne, ist ja in Ordnung. Kann man ja machen. Hat einen goldenen Apfel, aber juckt mich quasi 0%. Nochmal kurz hier und hier. Nochmal kurz hier und hier. Ja komm, vorerst beim HDLP ist schon drin, oder? Ist drin, würde ich sagen. Oder Abstaubar HDLP. Ist natürlich auch immer drin, der Abstaubar HDLP. Und down ist er. Ja, die Runde war ganz okay. Die erste Runde war einfach voll für die Katze, leider Gottes. Also irgendwann gewusst ich nachbrechen bei mir wirklich nie. Wie gesagt, es gab halt Momente, da habe ich wirklich zu viel getrunken. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Dann macht man das trotzdem immer noch mal wieder. Also irgendwie trinkt man dann trotzdem irgendwann mal wieder. Ja. Wie ist es denn eigentlich immer deine eigene Stimme zu hören? Ja, Leute. Es ist schon, es ist schon, komm SG7. Es ist schon ein bisschen komisch, deine eigene Stimme immer zu hören. So in den Videos, wenn man die halt bearbeitet und so und schneidet. Ist schon nicht ganz so, nicht ganz so ohne irgendwie. Aber, ähm, man gewöhnt sich halt auch irgendwann dran. Man gewöhnt sich echt irgendwann mal dran, dann hat man das irgendwie mal raus und dann ist es irgendwie normal, die zu hören. Genauso wie, keine Ahnung, ich stelle von Mr. More Game oder so. Ist halt einfach eine normale Stimme dann für mich. Ist halt meine Stimme, aber ist halt normal geworden. Keine Ahnung. Am Anfang war es klar komisch, aber ich mache jetzt zwei Jahre das ganze Ding. Aber ein YouTuber ist hier ein großer. Was finde ich? Ich bin das. Ich bin ein großer YouTuber. Ich bin das. Ähm, ja. Heute ohne Facecam, weil ich habe dann ein bisschen Bock ohne Facecam zu machen. Keine Ahnung warum. Guck mal, das ist Ari. Oh, sonst natürlich. Ja, okay. Ari mit Bart. Okay. Mr. More Game natürlich, wollte ich sagen. Also, bist du anders wie Ari gerade. Hat das jetzt schon mal eine richtig krasse Scheiße gebaut? Wenn ja, was? Hm. Leute, ich bin, ich bin unspannend. Ich mache Scheiße nicht. Aber okay, ich kann euch erzählen, ich habe schon einmal, das ist die krasseste Geschichte von mir auf jeden Fall, ich habe meinen besten Freund damals mal 20D-Mark geklaut. Oh, my God. Tom klaut seinen besten Freund 20D-Mark. Ja, ich war jung und brauchte das Geld. Ich war wirklich, ich war irgendwie, ich war 12 oder 13 oder 20, keine Ahnung. Ähm, nicht mehr wirklich jung, war bei meinem Freund zu Hause und die Sache ist eben die, er hat mir damals auch Sachen geklaut. Ja, er hat mir Spielzeug geklaut. Ganz dreist. Klappt das über meine Spielzeugsachen? Und da habe ich mir gedacht, okay, was du kannst, kann ich auch und ich möchte den Wert wieder reinholen. Den Spielzeugwert. Und dann bin ich einfach mal 20 Euro geklaut. 20D-Mark. 20D-Mark kennt er nicht mehr, kennt er nicht mehr, Es ist schon lange her. Aber 20D-Mark habe ich den damals geklaut. Weil er mir wirklich damals Spielsachen klaut hat und dann dachte ich mir irgendwann mal, ich war jung, ich war wirklich jung und dachte das, what the fuck? und dachte irgendwie, ja komm, ich stelle dem Typen jetzt mal eine Falle. Und zwar, pass mal auf, jetzt kommt das Geile. Damals kam das wirklich so, als wäre das ein Plan, aber der Plan war kein Plan, der Plan war einfach nur scheiße. Und zwar, habe ich bei mir zu Hause in meinem Schrank einfach ganz viele Bücher hingestellt, sodass, wenn man die Schranktür aufmacht, die ganzen Bücher aus dem Regal fallen. Dann habe ich mal eins meiner Spielzeuge in den Schrank gepackt, natürlich in den Schrank so richtig wenig aufgemacht und zugemacht, sodass die Bücher nicht rausfallen. Dann habe ich da ein Spielzeug reingestellt und habe dann zu meinem Kumpel gesagt, so, so Daniel, ich gehe jetzt mal auf die Toilette und lasse das Spielzeug da drin bis morgen, so nach dem Motto einfach. Und wollte halt, dass er da reingeht und quasi das Spielzeug klaut und den Schrank deswegen aufmacht und dann ja. Hat natürlich nicht funktioniert, aber damals war das ein richtig geiler Plan. Ja, gut. Heutzutage, weiß ich nicht, würde man einfach, keine Ahnung, enjoy Didos. Sag ich da das so nur. Gut. Anderes Thema. Das war so das Schlimmste, was ich damals gemacht habe. Ich habe eben Geld geklaut von meinem besten Freund. Bitter, ne? Auf jeden Fall. Ich hatte es damals aber auch nötig. Oh nein. Nicht sterben! Mama! Gut. Ähm. Andere Fragen. Was war denn schlimmster Unfall? Unfall? Ja, da habe ich auch noch eine tolle Geschichte, habe ich aber auch schon mal erzählt, glaube ich. Ich bin damals mal, da wäre meine Hand gerade irgendwie so ein bisschen juckt, die habe immer Angst. Sobald die, sobald der Armee, habe ich immer gedacht, dass da irgendwie eine Spinne drauf ist. Da muss ich immer erst drauf gucken und dann mich katzen. Oder vielleicht mal duschen. ausnahmsweise mal. Hallo! Da ist ein bisschen gerade Krawall am Laufen. Mr. Morgame. Halbes Leben weg ist natürlich nicht ganz so ungeil. Ähm, ja, mal gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Trotzdem kommt man mal Pfeil und Bogen an. Lade, glaube ich, hat kein Pfeil mehr. Nur ein paar Pfeile, glaube ich, übrig. Ähm, ja, Unfall kommt gleich. Erstmal, erst mal hier die Runde, äh, ordentlich beenden. Ich spame jetzt momentan so ein bisschen auch die Angel mal so ein bisschen. Das kann man, kann man mal gut und gerne machen. Die Angel auch mal, auch mal wirklich spammen. Ähm, ohne, ohne den, den Switch-Bug zu nutzen. Es ist schon ganz okay eigentlich. Kann man, also es ist, funktioniert nicht doll irgendwie, aber irgendwann hat er bestimmt keinen Bock mehr. Wir sind ja auch voll gerackt. Wir müssen jetzt mal folgendes machen und zwar diesen Punch hier setzen und zwar so und jetzt so rumdrehen. Okay. Aua. 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 Da bin ich tot auf einmal. Äh, hat nicht funktioniert. Ich hab schon gewusst, der Typ hat's bestimmt drauf. Gerade hab ich, hab ich, dann wollte ich halt, dann, das war doof. Das war richtig scheiße gerade. Ach man, das gefällt mir gar nicht gerade. Die Runden nicht ganz so geil. Machen wir nochmal SG4. Komm. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Heute ist nicht so mein Tag irgendwie. Glaube ich so. Ist immer so, Tagesform ist immer auch wichtig. Und irgendwie, keine Ahnung, da hat man gemerkt so, ja, hm, wenig Chancen irgendwie. Dann hat mir dann den First Hit gelandet, obwohl ich halt versucht hab, irgendwie vorbeizuspringen. Trotzdem bekomme ich ja den First Hit und na, da bin ich gefallen. Dann war ich, bin ich am Block festgeglitscht und dann, also festgehangen und dann, ja, hat man wenig Chancen. Ich wollte es besser machen, hat aber nicht funktioniert. Also es gab auch nicht immer alles bei mir, ne? Ich meine, ich bin ja nicht, das ist ja eben die Sache so. Leute behaupten immer so irgendwie, die denken irgendwie, ja, du bist halt scheiße in PvP, sagen die ja immer. Ich sag ja auch, ey Leute, ich denke, ich bin nicht gut. Ich hab zwar, ich spiel zwar lange, aber ich spiel halt nicht intensiv. Ich spiel halt seit zwei Jahren SG und PvP, aber ich spiel halt nicht intensiv. Also ich bin bei weitem nicht der Beste. Ich mache, ich mache super viele Fehler und ich bin einfach überhaupt nicht eingespielt, weil ich super wenig spiele. Deswegen weiß ich gar nicht, warum Leute immer sagen, ja ey, du denkst, du bist der Beste und so, behaupte ich nicht. Gar nicht, gar nicht wahr. Das ist eine vollkommene Fehlinterpretation. Klar habe ich natürlich einen gewissen, einen gewissen Skillfaktor und ich weiß eben, wie es geht, aber trotzdem verkacke ich halt. Oder eigentlich mal zu diesem Physikabschutz, Rute mal laufen. Die ist nämlich auch ganz geil. Die kann ich auch nochmal nutzen. Hier ist nämlich nichts drin, lieber Kollege. Ach komm, hol ich mir die mal eben. So, perfekt. Ja, Unfall, genau. Ich bin damals mal, ich war in meinem Freund nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, mich auf dem Fahrradweg gewesen. Und da kam eine andere Frau mir auf dem Fahrradweg entgegen, quasi auf der falschen Seite. Du fährst ja rechts, also auf der rechten Seite des, 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 der Fahrbahn fährst du ja geradeaus und auf der linken fährst du auch geradeaus, also quasi immer auf der rechten Seite einer Seite, wie alte Rechtsverkehr einfach. Rechts fährst du halt eben nach vorne und, äh, ja. Und du fährst halt nicht, fährst halt nicht auf der linken Seite nach vorne. Ihr wisst, was ich sagen will, oder? Nee, keine Ahnung, okay, egal. Ich kam halt dem Fahrrad entgegen und ich musste halt eh ausweichen, hab es dann auch getan und musste ausweichen, indem ich halt quer auf den, auf den Bürgersteigrand gefahren bin und, äh, hat mein Reifen nicht ganz mitgemacht. Ich bin halt, hab ich halt hingeflogen, ich war ganz kurz ohnmächtig für ein paar Sekunden, bin aufgewacht an so einer Laternenpfeiler und, äh, ja, es hat einfach alles weh. Hab mir überlegt, okay, was ist das jetzt? Was hast du da? Keine Ahnung, da waren so Leute irgendwie, die haben mir auch geholfen und meinten irgendwie, ja, wobei den Krankenwagen rufen, ich so, nee, nee, bloß nicht, da bin ich nach Hause mit dem Fahrrad gefahren. Hab ich den Hanisch an? Nein, okay. Dann gar nicht erst kämpfen gegen den. Haben wir einen Stick? Nee, haben wir auch nicht, schade. Hm, ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, mir hat alles weh, ich konnte mich kaum bewegen, konnte kaum aufsue, konnte kaum atmen und dann, ja, bin ich halt irgendwann mal dann zum Arzt gegangen, am nächsten Tag ins Krankenhaus und da hatte ich irgendwie mehrere Rippen gebrochen. Hammergeil. Ja gut, Rippenbruch ist ja nicht allzu schlimm, das wächst ja wieder zusammen, so ein bisschen von alleine ohne, ohne, ohne OP. Hm, deswegen ging das dann irgendwie, aber waren schon schmerzige, schmerzhafte, schmerzige, schmerzhafte drei Wochen meines Lebens auf jeden Fall. Und einmal hatte ich halt eine OP, hm, warum ist uninteressant und wie hatte ich eine OP mit einer Wunde, die überhaupt nicht verheilt ist. Das ist auch eine lange Geschichte. Dafür war ich da, lag ich drei Monate fast im Bett und konnte mich kaum bewegen. Das war auch richtig, richtig schlimm, tatsächlich. Das war richtig schlimm. Also gönne ich, gönne ich keinem Bett gefesselt zu sein mit, äh, mit Anti, Anti, wie heißt das denn immer? Ähm, diese Spritzen, die man bekommt, damit die Beine nicht, äh, äh, damit die Beine nicht, äh, ach, wie heißt das denn jetzt? Ihr wisst, was ich meine, oder die meisten wissen, was ich meine. Diese Spritzen, Cortison, nein, nicht Cortison, das ist was anderes. Ähm, ähm, ah, Leute, wie heißt das denn jetzt? Ich komm, ich will sie, ich will wissen, wie es heißt. Ah Mann, ey, scheiße, ja, fällt mir noch ein im Laufe des Videos. Echt dann, schreibt es mir in die Kommentare, ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt den Namen wissen, zack, ich will jetzt gar nicht anfangen, irgendwie, er ist ein Goldabfiff, okay, gehen wir mal weg von ihm. Ja, das war eben so die zwei krassen Sachen. Ja, der sieht ganz gut aus. Gut, wir haben hier noch einen Hanisch, dann haben wir hier den Hanisch, perfekt. Das liegt ja so, warum sneaken denn alle so komisch, irgendwie vor mir, vor meiner Nase rum? Da stehe ich nicht so ganz. Ja, dann habe ich noch eine Frage, ich habe super viele Fragen bekommen, ich würde die also von Fletcher Zeit mal alle abarbeiten, so ein bisschen, ne? Okay, nicht in Ordnung. Kannst du mit dem Geld, das du bei YouTube verdienst, gut leben? Also, ich weiß nicht, was ihr euch so vorstellt. Warum läuft das so komisch rückwärts? Man kann, also in meiner Größe kann man davon nicht leben. Also, es reicht zum, zum knappen Sachen überleben, reicht es halt schon irgendwie, ne? So ein bisschen halt. Aber es ist nicht jetzt so, dass man denkt, so ja, ich kann richtig geil leben, ich muss mir keine Sorgen machen um mein Geld, oder so. So ist es bei weitem nicht, bei weitem, weitem nicht. Also, ich darf zwar nicht darüber reden, was ich verdiene, wie viel ich verdiene, aber, ähm, Social Blade, sage ich da nur, könnt ihr mal ein bisschen einsehen ab der Information. Ähm, ja, keine Ahnung, also von daher. Ich glaube, laut Social Blade verdiene ich, glaube ich, zwischen 3 und 70 Euro am Tag, oder im Monat? Ne, weil nicht, irgendwie so, Social Blade sagt halt, irgendwie, müssen wir mal drauf gucken. Social Blade.com, können wir mal gerne, auch andere Benutzer, irgendwie mal suchen. Hm, ist da jemand drin? Ne. Auf jeden Fall ist es halt, ist es halt nicht der Rede wert, Leute, es ist überhaupt nicht der Rede wert. Ähm, da ist irgendwo ein Typ, in der Region. Ich backe voll oft zurück momentan, auf dem Gommener, ich backe richtig oft zurück. Der muss da irgendwo sein? Oh nö, da oben ist er, come on. Das lässt mich da nicht irgendwie nach oben klettern müssen. Oh nö, komm schon. Ob ich da echt das nach oben gehen, zu dem? Ja, ich meine, es ist doof, halt ihn jetzt nicht zu verfolgen, oder? Aber ich weiß doch, wie man nach oben kommt hier. Ob ich fein und Bogen? Ja, hab ich. Geil, ne? Geil, ne? Diese Shorts vom lieben Dom sind schon ganz geil. Ja, komm, lass mal die mal in Ruhe. Ah, guck mal, die ganze Saf rum. Auch Eisenschuhe. Geil. Hm? Okay, nochmal Eisenschuhe, okay, alles klar. Ja gut, Deathmatch, schon mal gut. Ja, also war heute nicht mein bester Tag, auf jeden Fall. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so vom Skill her so ein bisschen unterentwickelt bin, heute. Aber ich hab momentan einfach so mit dem Server, ich muss gleich wieder dann weiter mit dem Server kümmern, so ein bisschen, und, äh, das Video hat sich da aufgenommen, muss ich noch einkaufen gehen, dann hab ich, irgendwie muss ich noch Essen machen und so heute. Das ist alles super, super stressig momentan. Entschuldige, dass ich so ein bisschen irgendwie, ein bisschen auch gehetzt wirke momentan. Es kommen wieder bessere Zeiten, aber der Server, ich wollte eigentlich keinen Server machen, ne, aber ich hab jetzt noch einfach einen gemacht und der läuft einfach richtig gut. Und ja, ich werd auch nochmal ein Video machen über den Server, auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen, wenn, ich packe uns alle so gut funktionieren, dass man darüber ein Video machen kann. Aber der Server ist halt eben auch schon am Limit momentan, mit 100 Leuten maximum, äh, geht schon an Kapazitäten, wo ich wirklich daran denken muss, dass ich mehr Server kaufe und dann muss ich halt eben gucken, dass ich halt irgendwie einen Spendenrang einführe. Hab ich ja eh schon drin eigentlich. Dass man den so ein bisschen publiker macht, damit ich halt vom Server, den Server eben mal finanzieren kann. Andere Geschichte, egal. Ja, oh, okay. Ja, ich weiß, hinten ist ein Dingens drin, aber den will ich jetzt erstmal nicht, äh, wirklich in Anspruch nehmen. Er hat sich das Diaschwert genommen, ne? Mann. Er hat das Diaschwert gerade. Den würde ich gerne zuerst haben, da, mit dem Diaschwert. Macht da auch, glaube ich, gerade der Typ. Er hat immer die bessere Range, auf jeden Fall hat nicht mehr einen Schwert gehabt, der Typ. Okay, alles klar. TNC haben wir auch, gut. Drei leben noch, wo ist der andere jetzt hin? Er läuft eben noch nach hier, okay, alles klar. Ich möchte jetzt gerne den Diaschwert einen Typ zuerst down haben, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt super gerne um den halt kümmern. Diaschwerttypen. Na, komm schon. Wir sind nur im Team hier. Okay, what the fuck. Er heilt sich natürlich, aber nur mit einem Ding. Er heilt sich nur mit einem Ding, okay, alles klar. Ah, ist gut. Was soll ich jetzt dadurch machen, wenn er sich zweimal heilt? Natürlich auch heiltränke, ist natürlich klar, dass ich sowas habe oder hätte, wenn ich da reingehen würde. Machen wir erst mal einen chilligen hier. Er hat mir eigentlich ganz gut gegeben, auf jeden Fall. Es war nicht so schlecht, wie ich ihn mir gegeben habe. mit einem Subtypen. Ich frage es halt nur, was wir am besten jetzt machen hier. Wie viele Pfeile haben wir? Zwei nur, ist auch nicht allzu viel. Da ist der M-Subtyp. Vielleicht können wir mal versuchen, den Cupwip zu legen. Es wird auf den draufgehen, vielleicht schaffen wir das ja irgendwie. Das alles gerade so ein bisschen, ähm, ein bisschen knifflig gerade alles. Wo ist denn der andere Typ? Der war hier hinter irgendwo, ne? Da ist er doch irgendwo. Der hat aber auch irgendwie, weiß ich nicht, der ist auch, versteckt sich irgendwie nur. Gut. Können wir das mal eben kurz legen. Den können wir wahrscheinlich nicht bekommen. Reicht nicht. Alter, dieses Deathmatch, ne? Ja, scheiße. No chance. Ja, da ist es schwierig gewesen, aber ich musste halt, irgendwas musste ich halt mal machen bei den ganzen Typen hier. Bestes Kämpfen sind sie natürlich. Mh, ja, schade drum. Ähm, ja, war nicht meine beste Runde. Entschuldigung, ich werde mal wieder versuchen, dass ich zunächst mal ein bisschen mehr SG-Spieler auch, damit ich wieder meinen Skill ein bisschen nach oben schraube. Ähm, Houns and Ryan, bis zum nächsten Mal. Fragen in die Kommentare. Namen muss ich noch nennen, hab ich vergessen. Zwei liebe Let's Paddle, muss ich noch nennen, dann den, äh, By Detox und den Manuel Kadeis. Vielen lieben, gut an euch. Danke, dass ihr immer so viele Kommentare schreibt. Beinah vergessen. Houns and Ryan, bis zum nächsten Mal. Macht uns das gut. Tschüss.